Hallo, ich bin Jutta Dittfurt, die Spitzenkandidatin von Öko-Links, Kurzname der ökologischen Linken. Wir kandidieren bei der Europawahl am 26. Mai. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne haben in ihrer Kumpanei mit dem Kapital die Lage der Menschen verschlechtert. Dazu gehört die Klimakatastrophe, die unserem Leben die ökologischen Grundlagen raubt und Mieterinnenvertreibung, Ausbeutung, Verarmung und Altersarmut. Diese Parteien haben Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und soziale Verachtung geschürt. Damit kritische Menschen sich nicht wehren, werden ihre Freiheiten beschädigt, mit demokratiefeindlichen Polizeigesetzen bis zur Überwachung im Netz. Die Politik der Etablierten ist schuld am rechten Rollback in ganz Europa. Rechtsradikale und Nazis profitieren davon und treiben zugleich die Rechtsentwicklung weiter voran. Öko-Links kämpft gegen die rechte Front in Europa. Nur solidarisches Handeln bringt uns dem Ziel sozialer Gleichheit näher und hält die Klimakatastrophe auf. Wir werden uns im Europaparlament gegen jeden Rückschritt wehren und selbstverständlich mit sozialen Bewegungen zusammenarbeiten. Mit Öko-Links gegen Armut, soziale Perspektivlosigkeit und gegen die Zerstörung der Natur. Für ein glückliches, sozial gleiches und freies Leben für alle Menschen. Das war Jutta Dittfurt von Öko-Links. Tschüss.